Fösel ist ein Familienbetrieb, den wir jetzt in dritter Generation führen. Wir haben versucht, in Fösel nicht von der Hülle her ein attraktives Aussehen zu geben, sondern versuchen, neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter anzuziehen. In dem möchten wir neben fachlicher Ausbildung auch die Möglichkeit geben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das zentrale Element in unserem Hotel ist die Natur. Die Natur sieht man eigentlich in der Einrichtung, in der Architektur, in der Küche mit regionalen und saisonalen Gerichten und auch im Wohlfühlbereich. Also die Natur zieht sich als Roterfaden durchs ganze Haus und das ist eigentlich das, was wir leben. Die Mitarbeiter natürlich leben diese Philosophie mit uns. Alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, sind auch gerne aktiv in der Natur unterwegs, haben auch gerne regionale Produkte, schätzen die Qualität, die wir unseren Gästen bieten. Unsere Mitarbeiter sind vor allen Dingen gerne bei uns da und das ist ihnen ganz, ganz wichtig, weil wenn sie gerne da sind und es ihnen gut geht, dann können wir absolut eine Top-Leistung bringen für unsere Gäste. Und wir ertieren viele Sachen auch für immer, also zum Beispiel das Thema Regeneration. Unsere Mitarbeiter kriegen Weiterbildungen, nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Also Persönlichkeitsentwicklung steht bei uns groß auf dem Thema. Ausbildung natürlich hilft, weil man hat ein gewisses Grundwissen, aber auch Quereinsteiger sind bei uns allen wieder. Ein Mordserfolg, weil einfach das Wichtigste ist und das sage ich ja bei jedem Vorstellungsgespräch, es müsste gerne kommen, es müsste das, was es dir jetzt gerne tun. Dann wird es auch gelingen und Lernen kommen alles.